Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch das nächste Türchen des Bieradventskalenders. Heute öffnen wir Türchen Nummer 19. Das 19. Türchen seht ihr leider nicht. Das ist hier ganz hier unten in der Ecke. Ich kriege das leider nicht aufs Bild. Ich mache es auf und zeige es euch sowieso. Dann würde ich sagen, ich öffne es mal. Mal gespannt was drin ist. Komm raus. Es sitzt aber richtig. Ah ja. So, wir haben hier Dinkelacker Pilz, ne? Familienbrauerei Dinkelacker. Ähm, mal schauen. Steht da drauf. Das ist halbbar bis nächstes Jahr. Das ist gut. Ähm, Alkohol 4,9%. Ja, was geht in Ordnung? Ja, ich denke mal. Ich probiere es jetzt mal. Mal gespannt, wie es schmeckt. Ähm, hm. Also, ich kenne es nicht. Oder der Name sagt mir schon was, aber getrunken habe ich es noch nicht. So, dann Prost, Leute. Ihr seht, es ist ein bisschen grün drin. Das ist durchsichtig. Okay. Und los geht's. Ja. Kann man trinken? Aber ich muss ja morgen noch arbeiten. Ja. Wir haben es ja bald geschafft, sag ich mal. Noch fünf Türchen haben wir jetzt. 20. Wo ist überhaupt 20? Sieht man das? Ja. Also, das sieht man jetzt wieder. Ich glaube, die letzten Türchen sehen wir alle noch. Da oben ist dann die 22. Dann haben wir hier die 23. Ähm, wo ist die 21? Ah, da. Jo. Also, die anderen sehen wir dann alle. Jo. Dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis morgen zum 20. Türchen. Und bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020